Hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein ganz schnelles Video ohne große Vorbereitung, weil bei uns ist gerade was angekommen, was ich ungeheuer faszinierend finde. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass es, und den gibt es glaube ich immer noch, einen Smoky Scott Whisky gibt. Ja, schöner, süffiger, rauriger und vom Preis-Leistung her sehr guter Islay Whisky. Und jetzt gibt es ein Deutschland-Exklusiv, nämlich was ganz ganz toll ist, der Smoky Scott. Acht Jahre, und da unten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, Oloroso Cask Finish, exklusiv für den deutschen Markt, exklusiv für, irgendwo steht es drauf, bottled for Germany, hat die Firma Kirschimport diese Woche rausgebracht. Und wie ihr an der Flasche unschwer erkennen könnt, habe ich schon mal ein bisschen rumgeschmeckelt. Und ich bin, und das muss ich sagen, von dem Whisky, geflasht. Und zwar, er hat eine ungeheuer schöne Nase, kommt auf Fassstärke auf 54,6 Volumenprozent. Und ich habe da reingerochen und habe gesagt, Alter, ist der süß. Aber so eine richtige Lagerfeuersüße, also nicht, dass es Lagerfeuersüß ist, aber so, als ob du versuchst, im Lagerfeuer Marshmallows zu verbrennen. Also ich habe jetzt gesagt, Marshmallow Campfire würde ich diesen Whisky nennen, wenn ich ihn auf den Markt bringen würde. Eine wunderschöne, süß, rauchige Nase. Und zwar so, dass man am liebsten sagt, Mensch, da draus mache ich einen Duftbaum. Und ich habe auch schon mal ein bisschen geschmeckt. Also was hier kommt, ist wirklich eine Marshmallowsüße. Danach kommt so ein bisschen, ja, wirklich Campfire, sage ich jetzt einfach mal. Also Lagerfeuer, nachdem Lagerfeuer kommt, ja, so ganz sanft, so ein bisschen was von Trockenfrüchten. Und er macht einfach beim Riechen schon ungeheuer Spaß. Ich habe ihn als erstes pur verkostet. Beim Purverkosten war es so, er schiebt ganz schön. Das heißt, er hat eine schöne Süße auch im Mund. Er bringt ungeheuer schön den Rauch. Und dann merkst du aber, hoppala, er ist noch relativ jung. Er hat acht Jahre auf dem Buckel und schiebt mit dem Alkohol. Mit ein paar Tropfen Wasser ist das weg. Mit ein paar Tropfen Wasser wird der richtig schön geschmeidig. Und ich muss sagen, was könnte es im Januar Schöneres als Jahresauftakt geben, als einen richtig schönen smokischen Whisky. Der Smoky Scott 8 Isla Oloroso Cask Finish Germany Exklusiv liegt bei 64,90. Das ist der ausgegebene UVP vom Importeur. Gemacht wird das Ganze bei Maury McDavid. Und ja, ich freue mich. Sláinte, lasst ihn euch schmecken. Ich genieße jetzt in aller Ruhe. Ich hätte auch vor euch verkosten können, wäre das Video aber wesentlich länger gewesen. Wollte ich jetzt nicht machen, denn ich lehne mich jetzt in meine Couch zurück. Zumindest bis der nächste Kunde kommt, weil ich bin gerade im blauen Laden. Und genieße noch ein bisschen Smoky Scotch. Äh, Smoky Scotch. Smoky Scotch. Scotch. Schöner Zungenbrecher. Und ja, freue mich auf ein schönes Jahr mit euch. Weil ich im Übrigen, falls ihr das Video rechtzeitig seht, am 13.1. bis 15.1. ist Whisky Messe in Trebsen. Und da werden wir auch vertreten sein. Also bis denn, lasst es euch gut gehen. Sláinte, euer Stefan. Ciao. So, jetzt muss ich das noch aus.